Hallo, mein Name ist Thomas Bloch von der Firma Arcon Robotics. In diesem Video werden wir Ihnen ein flexibles Greifersystem zusammen mit einem KUKA Agilus Waterproof präsentieren. Es handelt sich hierbei um eine Testapplikation, also keine Produktionsbedingungen. Wir werden in diesem Video einen Weißkohlkopf mit dem entsprechenden flexiblen Greifersystem von A nach B handeln. Dies zeigt Ihnen auf, welche Möglichkeiten für Ihren Produktionsbetrieb bestehen könnten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017